Schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast ein Ziel oder einen Wunsch, einen Traum, den du gerne erreichen möchtest und du bist begeistert davon, wenn du nur darüber nachdenkst, aber irgendwie sabotierst du dich selbst. Und wenn du zwei Schritte in diese Richtung gehst, dann machst du danach drei Schritte in die andere Richtung oder denkst, ach, das ist doch doof und wer bin ich schon, dass ich dieses Ziel habe. Das interessiert doch eh keinen. Es gibt tausend Leute, die besser sind als ich. Warum sollte ich das überhaupt versuchen? Du vergleichst dich mit anderen. Du machst dich selbst dafür fertig, dass du diesen Wunsch hast oder diesen Traum und versuchst, das Ganze zu unterdrücken, was auch nicht funktioniert, weil dann klopft es wieder an. Dann zweifelst du an dir selbst. Warum bin ich denn nicht in der Lage dazu, das umzusetzen und alle anderen scheinbar schon? Und ja, dazu kommen die ganzen Selbstzweifel und das große Fragezeichen, was passiert hier eigentlich? Rein objektiv gesehen kann es doch nicht so schwer sein, diese eine Sache zu machen. Das ist ja letztendlich einfach nur eine Tätigkeit vielleicht oder vielleicht geht es um eine Beziehung, aber es ist etwas, was dir rein menschlich als Kapazität zur Verfügung steht, als Möglichkeit. Der Hintergrund nennt sich Selbstsabotageprogramme und zwar geht es darum, dass wir oft gelernt haben, das, was wir wirklich wollen, zu unterdrücken. Dass wir früher vielleicht unbewusst, ich will da keinem die Schuld geben, aber dass wir einfach das Gefühl hatten, dafür bestraft zu werden oder abgelehnt zu werden, wenn wir uns mit dem zeigen, wer wir wirklich sind. Und was dann passiert ist, ist, dass sich ein sogenannter Beschützer in dir entwickelt hat. Man kann auch sagen, der Verstand, der gelernt hat, ah, okay, das ist nicht so förderlich für mein Überleben. Immer, wenn ich meine wahren Träume verwirklichen will, dann passiert, was unangenehm ist. Ich glaube, wir lassen das lieber. Wir heben uns das für später auf. Wir setzen dann Lesezeichen und in 20 Jahren, wenn wir erwachsen sind, dann kommen wir dahin zurück und dann können wir das machen. Dann sind wir erwachsen uns selbstständig. Ja, das Drama ist oder die Tragik, dass wir dieses Muster dann die ganze Zeit üben, uns selbst zu unterdrücken und dass, wenn der externe Grund wegfällt in Form von Erziehungsberechtigten, von Lehrern, von Mitschülern, von Gesellschaft, dass wir das schlicht und einfach vergessen haben. Dass es so eine Gewohnheit ist, uns selbst zu sabotieren, dass wir gar nicht mehr anders können, als das zu tun. Und das ist gleichzeitig auch der Schlüssel in die Freiheit, nämlich zu erkennen, damals war das gefährlich, jetzt ist es das nicht mehr. Und oft ist das wirklich eine Sache, dass einfach der Verstand, also dein Beschützer mitbekommen muss, es ist jetzt sicher, ich selbst zu sein. Es ist sicher, ich kann das jetzt tun. Da ist Liebe, da ist Freiheit und zwar mehr, als wenn ich mich weiterhin unterdrücke, weil der Beweis ist, warum das dir wirklich wichtig ist und es gut ist, das auszuleben, wer du bist. Wäre es wirklich das Richtige für dich, das nicht zu tun und wären diese Träume und Ideen doof, dann würde nicht die ganze Zeit dieses Gefühl entstehen, ich würde das so gerne machen. Das kommt ja von irgendwoher. Also ich kenne es so, dass es ja wie so ein Bumerang ist, das heißt, ich werfe das weg und lasse es los und dann kommt es doppelt so stark zurück. Wenn das bei dir der Fall ist, ist das ein sehr sicheres Zeichen. Das bist wirklich du. Da wartet etwas auf dich. Da wartet eine Erfahrung auf dich. Das ist, da gibt es eine Berechtigung dafür, dass es da ist. Du kannst dem vertrauen, dass es da ist. Darum geht es im Kern. Vertrau dem, dass es da ist. Und ja, was leider oft passiert ist, und so ging es mir auch jahrelang, teilweise geht es mir immer noch so, um ehrlich zu sein, dass die Gefühle, die aufkommen, dass wir denken, damit müssten wir was machen. Das liegt an den Gefühlen oder an diesem, dann kommt plötzlich dieser Druck. Wenn dieser Druck nicht da wäre, dann könnte ich das ja umsetzen. Leider ist das nicht so, weil es ist ein bisschen wie wenn du einen Dampfdrucktopf hast und du stellst ihn auf den Herd, machst Wasser rein und der Druck entsteht und irgendwann kommt der Dampf aus diesem Ventil raus. Dann hilft es nicht zu sagen, vielleicht muss einfach das Wasser da raus. Und wenn das Wasser draußen ist, das Wasser steht für die Gefühle, dann gibt es auch kein Problem mehr. Sondern das Problem ist in dem Fall der Deckel, der das Ganze verschließt und der dazu führt, dass dieser Druck überhaupt entsteht. Und dieser Deckel ist dein innerer Beschützer, wie ich ihn gerne nenne. Und was man jetzt machen könnte, wäre auch nicht zu sagen, dieser innere Beschützer ist jetzt schuld und böse. Ganz im Gegenteil, der sorgt ja für deine Sicherheit. Der hat nur ein Missverständnis. Dieses Missverständnis von damals. Was du also machen kannst, ist dein Verstand, deinen Beschützer mit ins Boot zu holen und ihn selbst Gründe dafür finden zu lassen, warum es jetzt sicher ist, du selbst zu sein und warum es frei ist und warum Liebe da ist, wenn du du selbst bist. Und wenn er das einmal verstanden hat, das ist so ein bisschen so wie so ein Software-Update von Windows 95 zu Mac OS 12 oder so. Windows 95 stürzt die ganze Zeit ab und es funktioniert nicht wirklich. Mac OS funktioniert gut. Versteckte Apple-Werbung. Achtung. Und das bedeutet, dass nicht grundsätzlich Software etwas Negatives ist, weil Betriebssysteme brauchen wir, damit der Computer läuft, sondern diese Betriebssysteme haben bestimmte Funktionen eingebaut. Und alles, was wir machen, ist dieses Betriebssystem abzudaten, so dass dein Beschützer mit der aktuellsten Version rumläuft und weiß, es ist sicher, ich selbst zu sein. Es passiert nichts mehr. Alles gut. Ich kann meinen Träumen nachgehen. Ich kann mir meine Wünsche erfüllen. Das ist sicher, das macht Spaß und es ist zutiefst erfüllend. Wenn dich das Thema interessiert, ab dem 25.11. geht's los mit dem Workshop bzw. virtuellen Kurs die Reise in dein authentisches Selbst. Da schauen wir uns dieses Thema genau an. Also, wie kannst du Selbstsabotage-Programme loslassen? Und auch insgesamt diese alten Identitäten, die dir nicht gut tun. Sowas wie, ich bin unsportlich. Ich habe halt zu wenig Geld. Ich bin halt Single und hätte gerne einen Partner. Das sind alles Selbstbilder. Also Beschreibungen von ich bin. Und die können wir da updaten. Zum Beispiel zu, ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft. Ich habe immer genug Geld. Ich habe immer mehr als genug Geld. Ich bin gesund. Ich bin sportlich. Ich bin schlank. Oder ich bin athletisch. Oder was auch immer du möchtest. Und dann können wir dem Beschützer zeigen, dass es sicher ist, dass mehr Freiheit da ist, dass mehr Liebe da ist, wenn du diese neue Identität verkörperst. Und das wiederum führt dann dazu, dass sich das auf dein Leben auswirkt. Weil wenn der Beschützer sagt, alles klar, das machen wir, das ist gut für unser Überleben, dann fängst du an zu denken als ein gesunder Mensch oder als ein sportlicher Mensch, als ein wohlhabender Mensch, als ein Mensch in einer glücklichen Beziehung. Du fängst an, Entscheidungen daraus zu treffen. Du fängst an, daraus Gedanken zu haben, dich so zu fühlen und in diese Richtung zu gehen. Und das führt dazu, dass sich deine Realität immer mehr anpasst bzw. das, was du als Realität wahrnimmst. Ich kann sagen, ich mache die Augen zu. Jetzt ist es dunkel, wenn ich denke, ich kann nichts sehen. Oder ich kann die Augen aufmachen und sagen, ich sehe die Kamera, den Wald. Es ist die gleiche Realität, die da ist, nur ich nehme einen anderen Ausschnitt davon wahr. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Das heißt, wir verändern nicht die Welt. Wir verändern nur das, was du davon wahrnimmst, den kleinen Ausschnitt. Ja, unten ist der Link. Ich würde mich riesig freuen, falls du Lust hast, dabei zu sein und ja, diesen ganzen alten Ballast hinter dir zu lassen und wünsche dir in jedem Fall einen wundervollen Tag und schön, dass es dich gibt. Musik